Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir Super Press Space to Win Action RPG 2009. So, hier ist das Spiel. Super Press Space to Win Adventure RPG 2009. Press Space to Start. This is you. Press Space to Advance Text. Your job is to rescue the princess who was kidnapped. Do you accept this mission? Press Space to say yes. Good. Now to go over the basic controls. Press Space to move. Looks like you hit a roadblock. Press Space to jump. An enemy. Time to learn the basics of combat. Press Spacebar to attack. Uh, ouch. Damage taken. Press Space to show your health. Ah. Looks like you're okay for now. Press Space to block enemy attacks. Now is your chance. Go for the kill. Yeah. Enemy defeated. Got 5 gold and 10 XP. Ja, das Spiel ist wirklich sehr schwer bisher. Oh, ein weiterer Gegner. Los. Wieder einen besiegt. Oh. Oh mein Gott. Ah, ich hab aus Versehen... Ah, das war mein Super Special Move und ich hab ein Level Up. Okay. Press Space to open the menu. Choose a stat to increase. Then press Space. Okay. Wow, ich bin jetzt viel stärker. Los, weiter gehen wir. Press Space to enter doors. Ah, okay. Jetzt kaufen wir einen Trank. Äh, ja. Immer und... To the Inn. Oh, komm, wir übernachten hier. Dann haben wir bestimmt mehr Leben. Und wir schliefen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist los? Oh mein Gott, er ist weg. Oh mein Gott, er ist weg. Ich bin vergiftet. Ah, mit Leertaste können wir einen Trank benutzen. Gut, wir sind wieder geheilt. Oh mein Gott. Wir haben wieder gewonnen. 70 Gold und 160 Erfahrungspunkte. Oh, wir haben das goldene Schwert gefunden. Und wir können jetzt Magie benutzen. Oh. Ah, Feuerball. Okay, wow. Oh, und Leben und Mana wurden aufgefüllt. Cool. Oh, und Leben und Mana wurden aufgefüllt. Sorry, aber das ist der Ende des Lebens. Oh, du bist immer wirklich vielleicht. Oh, Stürb! Oh, 500! Weiz! Wir machen ganz schön Schaden. Oh, ich kann. Bist du? Geht. Der König erwartet. Wer bittet mich? Prefere, füllen, mortals! Hier, mach das! Wir haben gewonnen! Wir haben den König besiegt. Oh mein Gott, er ist unser Bruder. Wir haben ihn vorher besiegt. Und dann hat er uns das Leben gerettet. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Was geht hier ab? Ja. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Und... Gute Musik, also das Spiel... Ich finde das Spiel super. Gratulation! Das Königreich ist sicher! Endlich! Danke für deine Aktion! Ja gut, ich lese das jetzt nicht alles vor. Ähm... Ja, also... Ja, das war jetzt mal ein kleines Spaßspiel. Also ich kann es nur empfehlen. Link dazu ist in der Videobeschreibung, wenn man mal wieder schnell ein Spiel gewinnen will, auf jeden Fall. Und ja... Und ja... Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Ich sage... Ciao, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!